So, eins. Hallo! Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Runde TTTT. Mit dabei sind Maxi, Tautau, Payne, Grants, Maru, Dalu, Fisk, Kapuze, Early und Item. Komm, wir bauen uns ein Tag. Item hat ein Tag. Ein Tag spielen wir schon. Ein ganz Tag. Wuhu! Hey, hey, hey. Wir haben nämlich hier durchgezockt, das ist hier wie Minecraft. In Haus, braun. Ich hab noch nie Minecraft gespielt. Wir kommen hier aus dem Pool wieder. Getting Wood. Wow, ich bin hier direkt angeschlossen. Getting Wood. Wer ist das da hinten? Komm, zeig dich. Nach oben, okay, komm. Ich hab am Anfang auf jemanden geschossen. Wo genau? Ich hole hinten eine Kustel. Warte mal, konnte man das Wasser nicht unter Elektroschacken? Hey, man konnte nur so ein bisschen. Hey, was will? Hey, Blatt. Kannst du das drüber machen? Hallo, Brändle. Aua, ey, doch nicht so viel. Das Schock war der, was da hinten, ey. Ich beobachte dich. Payne, ich bin an der Wand. Komm her, ich soll mich einfach abgenäumt. Einmal. Payne, stell dich mal hier rein. Das fand ich sehr komisch, ey. Oh, man, einfach abklauen. Ich hab die Sache gekauft. Scheiße, wie langsam ist man denn ab? Ja. Hey, geh mal rein hier. Du musst da wirklich mieten. Das ist ein bisschen langsam, oder? Geh mal rein, guck mal nach oben. Und guck mal eh. Oh, dann mach ich mal ein bisschen zurück. Ich muss meins aufwarten. Erli ist das Erli. Erli hat den Teleporter verwendet von den Traitern. Erli. Er ist weg. Er ist weg. Doch, er ist weg. Das kann jeder machen, du Bobo. Du Brobo. Dir vertraue ich nicht. Dalo liebst du überhaupt noch? Ja, geh doch selber hin und drück da hin, Johannes. Dalo ist doch. Da ist jemand runtergefallen. Da ist jemand runtergefallen. Da ist jemand runtergefallen. Was ist das, Prinz? Was ist das, Prinz? Wer hat er noch nie gesehen? Maxi? Was musst du hier machen? Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist einfach nur Nebel, oder? Alter, das ist ja... Ich seh's mehr. Ich seh's mehr. Ach du Scheiße. Maxi, wo kommt der noch mal raus, wenn er sich teleportiert? Ich seh nichts. Komm, der Gasmaske. Da ist schon einer vor mir. Ich glaube, Pain. 2 Items. Ja, ich seh nichts. Seh nichts mehr. Da, hallo. Kannst du es noch mal sehen? Das geht's. Alter, das ist ja wie auf unserer Weed-Party. Ach du Scheiße. Auf der Weep oder Weed? Weep. Nein, oh Gott, ich hab's überlebt. Nichts ist passiert. Hallo Kapuze. Hey, es geht wieder weg. Nee, hab ich auch nicht gesehen, weil ich kann nicht. Oh, ich bin so lahm. Ich muss wieder zurück. Auslack. Alex muss einmal disconnecten. Anime... Was? Alex muss einmal disconnecten. Bermak Anime. Anime Kawaii. Baka. Kawaii Desune. Oyazumi. Ich sterbe. Oh, ne. Weil die Gegenübe trunk? Ali Gantor. 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 Die haben sich irgendwie gegenseitig gut. Nein, ich habe ihn vorhin hinten abgeknallt. Achso, du hast ihn, okay. Ach, du hast ihn bei den Puls gerade. Dann ist es der Füß, der kleinen Füß. Na los, mach. Ich sterbe, ich sterbe. Nein, Pain, bleib bei uns. Meine letzten Worte. Was sind deine letzten Worte? Anime ist besser als Real TV. Was für ein Team? Pain. Okay, Kapuze definitiv. Confirmed. Du wirst warum. Er hat mich vergiftet und dann schießt er auf mich. Scheiße, ihm. Ich habe nichts getan, ich bin ein unschuldiger Mann. Du müsstest ja hinten drin sein, McFly. Nein. McFly, lebst du noch? Da, wo man sich hoch teleportieren kann. Oh, ich bin unschuldig. Ich habe nichts getan. Dann fehlt noch einer. Glaubt doch wirklich alles, oder? Dass du unschuldig bist, glauben wir dir nicht. Bist du mir alles kundern? Willkommen in der Hölle. Kundern? Kommst du zu mir? Nee, kommt er nicht. Oh, Kundern. Dann war die Arbe wieder unterwegs, dann Maru die ganze Runde sagt dann nichts. Das ist halt immer so typisch eigentlich. Manchmal freuen wir einfach, dass man Kapuze falsch ist. Maru die Klappe hält, er ist automatisch. Ich habe gesagt, Fisk oder Kapuze. Ich habe gesagt, Fisk oder Kapuze. Warum vertraut mir keiner? Wir haben doch Grants erschossen. Die wurde vertraut. Hier haben wir Grants erschossen. Warum Fisk oder Kapuze? Ich habe doch Grants erschossen. Grants, warum? Wir waren schon ein gutes Team. Was ist so? Ja, weil, keine Ahnung, ey. Aber was ist so? Ich habe nichts gemacht, dir so. Ja, Akademie, oder schließt, hast du mich mit Gift angeschossen. Ja, aber das ist ich mit der Gift. Ja, das heißt, einer von den beiden ist es. Ja, aber was magst du dann? Beide erschießen? Nein, die sollen sich gegenseitig töten. Nein, die sollen sich gegenseitig töten. Ja, aber die sollen sich beide erschießen, dann weißt du trotzdem nicht, ob jemand von den beiden böse war. Die gibt's schon immer auf deinem Mess. Ich bin da die Scheiß-Tasse immer. Was der Detective sagt? Wir alle noch am Sporn langsam laufen, weil die ja tot sind. Warte mal, der Baseballschlicker macht immer Schaden, oder? Ja, Kapuze, lassen wir jetzt wieder Häuschen bauen. Komm zu mir. Wenn du bist sogar diesel, das heißt, ich bin der Date, dann kann ich dir sogar vertragen. Bist du die Golden Eagle? Entschuldigung, ich muss das machen, sobald die Schäuze angeschlossen sind. Du wüsst das, ja. Gib mir die Köln. Golden Eagle. Hey, das ist mein... Warte, warte, warte. Beschütz mich kurz, beschütz mich kurz. Ich beschütz mich kurz. Warte mal, wer war denn das? Hier wurden alle getötet. Ihr Grenz hat gerade mein Tod im Brot gemacht. Ich war das nicht, das war Payne. Kapuze ist gestorben, wer war das? Teleportraum. Da vorne, Payne, rennt doch da weg. Nein. Grenz, du bist in den Teleporter ran. Achso. Wir beide wissen, dass du es bist, Grenz. Ich hab dich doch dabei gesehen, wie du es vor der Macht hast. Ich vertraut mir sowieso. Ich glaube, wir gehen oben, wir gehen bringen. Payne hat meine Identität. Was? Oben bin nur ich. Hey, dann bist du es, oder? Ey, im Teleportraum wurde einer erschossen, nicht oben. Achso. Und auch noch der Ditte. El Payno. Wer bekennt sich des Mordes? Welcher Waffe wurde erschossen? Das Problem ist, wir kamen gerade der Mörder entgegen. Ich hab aber nicht auf seinen Namen geachtet. Jetzt wird ein Schuh drauf. Die Level sind froh, man ist überall so langsam. Payne ist es, frei zum Abschluss. Hä, wieso? Aber auch. Payne wollte mich verdächtigen, Leute. Leute, Payne ist es. Armin. Ja, hab einen Kredit bekommen, wer war's? Er war auch bestimmt der Mörder von Maxi. Hä, warum hat Maxi? War er auch, weil ich hab den DNA-Skirr gefisst. Er ist übrigens in Respawn. Er ist Respawn. Ich will diese Waffe haben. Er steht im Spawn. Mach den fertig. Er ist auf Reddit. Oh, einen hab ich sogar noch. Jetzt der nächste ist noch ein nächstes. Dann bin ich safe. Hab ihn. Sehr schön. Dann haben wir ihn. Wer ist jetzt unser item für safe? Items, Grants? Ich. Ich auch. Aber mich hat er geschossen. Mich hat er verdächtig. Mich hat er auch geschossen. Ich hab gerade Tautau gecallt. Dann muss es early sein. Hä, warum? Wird du mich jetzt verarschen? Ja eben deswegen, aber der hat mir das Glauben. Early Freizeit-Kopfschrift. Da hatte ich ihn. Das war am Arschlecken. Ich nehm mal Dete. Ich bin aber der neue Dete. Da hat er auch am Arschlecken nichts neuer Dete. Look at me now. Detective Trash. Nein, ich hab einen DNA-Scanner und hab Payne auch an den Kranger gestellt. Da hat was gesüffelt. Da hat was gesüffelt. Bis wir mal gucken. Du hörst, wenn er eine Musik spielt. Fisk, hast du was getrunken? Fisk ist tot. Der läuft noch nicht schnell genug. Kundan nicht. Der ist hier in den Kapitän gewesen irgendwo. Kundan und Grants, ihr bat auch beide voll, oder? Grants war es auch nicht. Grants war es auch nicht. Ich hab ja eh Payne. Ja. Hä? Äh. An den Kabinen sind zwei Leute. Ja, ich bin hier grad reingerannt. Ja, ich bin an der Kabine. Achso, ja gut. Dann ist der andere Maxi. Ja, ich. Du musstest gewinnen. Du musstest gewinnen. Du musstest gewinnen. Du musstest gewinnen. Aber Items hat Payne getötet. Ja, aber es ist kein anderer da gewesen. Items hat Payne getötet. Leute, Early muss es doch sein. Das bin ich. Das bin ich. Warum muss ich nicht sein? Da oben. Der Payne erschossen gab das letzte Mal nach Respawn. Ich hab nicht mehr so viel Schuss. Wer schiebt? Was hast du gemacht, Maru? Oben ist eine Brandgranata. Ich hab Payne erschossen. Nein, hat er nicht. Doch. Er ist grad explodiert. Für Grenz und Dalu, ja. Nee. Und Raden. Dreh. Ja. Ich wusste nicht, wer da ist. Dalu ist tot. Aua. Jemand hat auf Katze geschossen. Das Items, oh. Könntest du mal aufhören auf mich zu erschießen? Kundraden. Sorry, Kundraden. Muss Grenz? Da ist Dalu neu gespawnt. Grenz ist auch hier gewesen. Der wird irgendwo snipen. Passt auf. Oder auch nicht, der ist oben. Der ist oben. Der ist oben. Dann brauchen wir irgendwo eine Sniper. Taut heute keine Sniper. Das ist immer noch oben. Aua! Aua! Fuck it! Ali, warum hast du nicht die Taube genommen? Das war nicht Grenz. Stürmt die Taube? Die Taube ist ja auch noch. Was ist denn die Limonade? Was macht die denn für den Sound? Ich war immer im Bestop angekommen. Ja, ich hab gesagt, du beschützt mich. Ja. Den Tragen Michael. Ja, ehrlich. Wenn du sie nicht oben gegen die Wand geschmissen hast. Ja, ich wollte nicht so weit nach vorne kommen. Ich hab andere Bilder getötet am Ende. Kapuzi, jetzt weißt du wie ich mich gefühlt habe. Nicht mehr vertraue ich dir. Doch, die können man schön weit mehr her. Wir können das glaube ich die ganze Zeit. Nein, ich gehört dir. Mich wundern, dass du mich nicht aus Trinken siehst. Ich glaube, wir können uns nur vertrauen, wenn wir beide betätigt sind. Nein. Ich hab dir immer vertraut. Ich hab dir immer vertraut. Ja, ich hab dir vertraut. Ich hab dir vertraut. Nein, nicht Paint. Den Grants. Der Druckpressevertrag. Dir vertraut damit, der rede ich nämlich gar nicht mehr. Doch. Alles. Den Grants redest du nicht mehr? Den Grants. Also zählt unser Date morgen nicht mehr? Nein. Grants, du bist mein neues Date. Yes. Detektiv Katze. Du willst du nicht, ist mir egal. Hallo. Hey, ich habe Yes gesagt. Okay, gut. Obwohl ich dachte, du magst Anime. Doch, doch. Ja, einer mag Anime. Ja, einer mag Anime. Abgewiesen zu werden. Hey. So, Leute. So. Und jetzt? Hey, das ist Grants. Na, hey. Was? Ich war überhaupt nicht. Das ist Grants. Grants hat auf dich geschossen, du schießt auf mich. Willst du mich verarschen? Ich hab gesprayt. Ich hab gesprayt. Grants hat auf dich geschossen. Stimmt doch gar nicht. Stimmt doch gar nicht. Wie geht's dir? Hey, wer schießt denn jetzt? Maru? Das war fest. Das war Maxi. Maxi, bereit zum Abschluss. Grants hat nichts zu sagen. Was denn? Ich guck so, wenn das live war. Grants hat ne zu große Waffe. Konran. Was? Konran hat gerade auf Dete geschossen. Witz. Konran hat auf Dete geschossen. Konran hat auf Dete geschossen. Stopp. Erli hat einen falschen Tor gemacht. Auf mich wurde gerade gar nicht geschossen. Nein, warum? Jetzt gib mal zwei Dete, du Bobo. Ich hab überhaupt nicht geschossen. Kapuze vertraut. Ich hab nur gespray. Hilfe, Dete, hilf mir. Kapuze machen. Hier rette ich. Geht noch mal. Hilfe, der schießt auf mich. Wir werden nicht gerade die Kirche. Hey. 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 Hallo für drauf. Alle weg. Good morning. Town Director. Tag lebt wieder. shove was. jour typischer. Moderator. Da Matthäнали, Alder. Andi zu siehts ja. An dieseratur. Hallovas. Denk dran, dass Konran immer noch verdächtig ist. Können Sie mich eigentlich vorantieren. Rass und drin? Kims. Ich bin safe. Bitte. Ich bin gleich malware Pentang mit Gelachen. Ich hab Tautor nicht tötet. Du hast nen Scheißdreck. Maxi und Kunran sind's, wetten? Pain und Öl, die streiten sich auf jeden Fall. Das ist ein großer Hintern. Ich bin heute ziemlich kaputt im Kopf. Wie kann ich warten? Hat jemand ne Golden Deagle? Hat jemand ne Golden Deagle? Hat jemand ne Golden Deagle? Nein! Doch nicht auf Pain! Pain wurde angeschossen. Schade. Und Maxi und Kunran schillen da auch nur zusammen. Was? Hä? Ich weiß nicht mehr, wo Maxi ist. Ich weiß auch nicht mehr, wo Kunran ist. Weil ihr immer Rücken an Rücken lauft. Das ist Fiskrad gewesen, du blöden Kopf. Ach ne da, das ist Pain. Ich schleiche mich hier weg. Können wir jetzt jemanden töten oder nicht? Ich weiß wer noch Traitor ist. Und hau mich mal ins Pool. Oh Gott, da stirbt er. Yeah! Da stirbt er. Hey, Kapuze. Mach's denn. Ah, Pain. Langsam verdicht ich dich. Also wenn's Pain ist, ist Kunran safe. Für den Pain auch verdächtigen. Leute, wo ist Maru hin? Kunran. Ach auf einmal. Aber wenn ich ihn vote, heißt das wieder ganzes Ding. Ja nein, Kunran lebt. Na Maru, waren wir schon bei 8 Minuten nichts gesagt. Nee. Sie redet die ganze Zeit. Bin ich gemutet? Kunran ist gemutet. Kunran, dein Mikro ist gemutet. Ja, ich glaub auch, ey. Warte, ich mach eben mein... mein Webcam-Mikro an. Ich schick dich jetzt per prozess. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, ich hab TauTau getötet. Könnt ihr mich jetzt in meine Ruhe lassen? Aha, Kapuze. Das ist kaputt gegangen Kapuze. ja das war nicht ich das war nicht im Chat aber das war nicht ich vielleicht hat jemand seine Identität geklaut ja danke wer guckt da in der Rutsche auf mich Dalu oh 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 du kannst doch mal rutschen Kapuze nach der Aktion ja bin ich schon was machst du da Dalu ich warte bis du einen Fehler machst du keine haben ich bin hier runter springt ja hops vor allem Worte ihn doch einfach Dalu kapuze was hier passiert da müssen wir nur noch irgendjemanden überzeugen das ist doch nicht schlimm wenn es sonst nicht kaput geht oder ja ich bin hier was ist denn jetzt was ist denn jetzt ey du hast noch Katze du hast noch Katze oh Gott es ist Items Items ist Dete und er hat auch bestätigt dass ich es nicht bin Arui jetzt da ist Kunran da hätte ich nicht gereicht wir schleichen nicht die hat das Ding nicht getroffen hey wie soll denn der jetzt dann der Countdown auf Kun da ist der Todes Countdown nein da geht einer immer wieder rein und raus hey was ich glaube ich habe early aufm gewissen mach das rein raus spiel wieso hat denn Kapuze gerade eben kein Schaden davon bekommen wo ich ihn weggeschlagen habe da habe ich 44% wurde hier gerade irgendwas geschossen jetzt votet doch mal auf wen irgendwas wurde hier gerade an uns vorbeigeschossen ne mich hat es getroffen das sah aus als wäre es von Kambinen gekommen also Kunran passiert immer noch nicht das ist sehr verdächtig für Kunran du hast keine Weihnachtmusik weil das war weiß Items sollen wir nicht einfach zwei übelst verdächtige ja votet bitte Kunran Kunran und wer ist denn noch so verdächtig? Pain echt? ja ich hab doch den Dingens gekillt Kunran hab ich nicht gesehen aber der Dete hat es gesehen Kunran misstraut dem Dete achso und Kapuze ja vor allem er hat eine Tode gut gemacht ich traue dem der mich die ganze Zeit einfach verdächtigt Pain am Anfang angeschlossen was hatte ich mit Maru wieder? er ist die ganze Zeit so leise äh Kapuze ich bin immer wilder hier Dalu auch nicht Fisk-Tanz 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 die letzte Leiche wer war als letztes bei den Kabinen wer ist das jetzt? ich bin jetzt gerade bei den Kabinen aber Maru war auch irgendwo in der Ecke ja richtig und wo kam die von den Kabinen er wurde von der Orb getötet ich glaube es ist Pain es ist Kapuze das muss nicht bei den Kabinen ich spreche Kapuze ist es Kapuze ist es Kapuze ist es Kapuze? ja ich hab ihn auch schossen weil er meinte ist er es gewesen ja dann confirm ihn halt ja 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 aha da wurde Kuntran weggesnipert schnell alle weg Kunran sag ich doch aber mir glaubt wieder keiner hä? nur weil der Nächste meinen Namen sagt ja dann lassen wir jetzt Kunran voten oder? Kunran auch bei den Toiletten wollte ich schon sagen bei den Kabinen ja ok dann lassen wir ihn voten Leute wenn er es echt jetzt ist kann doch bitte einer voten oder habt ihr alle auf den Beut? ja wo ist es da? ok warum eigentlich? darfst nicht reden ich hab hier übrigens noch uuuhh schnell wieder rein das würde ich aber schon gerne noch haben was da ist eh oh mein Gott alter ich reiß das noch Leute ich hab solche Klatscher in CS schon gerissen Klatscher in CS? ja da heißen die Klatschs? ja Klatsch aber die aus Harry Potter die hab ich auch schon oft gerissen Leute freck das ist ja voll der Cheat Leute guckt euch das an hier kann man da auch schade achso den kann ich ja sowieso durch die Wand sehen ja kommt ihr mal oder ich komm zu mir hä? 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 der eine ist auf jeden Fall tot lebt ja sonst eigentlich noch wer? wahrscheinlich nicht ich schieße es auf alles was sich bewegt äh wer bist du? ach Mist diese war ich bewegt von das nicht gesagt aber von Anfang von dass es Maro ist ich wusste von Anfang, dass es geht ja aberś core hey wer war es denn jetzt Hätte gerne mehr gemacht. aber nachdem mich Early Random anschießt und dann den Pain Random anschießt Das war eine schreckliche Runde ohne Scheiß. Für mich war das eine schreckliche Runde. Ich bin unfähig als Defekt. Maru und Kunran und TauTau. Ja, sorry. TauTau ist es halt sehr oft. Ja, er hat den Traitor Pass gekocht. Einfach mal provisorisch jetzt abschießen. Ja. Geht ja häufig. Bist du noch, als wir damals den AGP erzählt haben, dass Traitor Passos kostet und jetzt nicht glaubt? Nee. Hey, Moment. Da haben wir ja gesagt, du bist doof, Mann. Du weißt es noch. Ey, lass das stehen. Ich habe für dich, für dich. Es ist Pain. Boah, du warst schon längst tot, Alter. Es ist Pain, wirklich. Anstatt es jetzt so noch geäugt ist. Ja. Wenn ihr das wortet, dann macht ihr einen, wenn ihr das macht, dann macht ihr einen richtigen Fehler. Ihr macht jetzt echt einen richtigen Fehler. Weil, Oh, da ist er weg. Ganz zirp, 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 zirp. Bei den Kabinen. Chris Schnee. Hat Boomerang noch gedroppt. Ist wiederbelebt worden. Immer noch an den Kabinen. In der Heimkabine ist er drin. Was weiß ich nicht? Aber, knall ab. Fisk ist der andere. Habt ihr es gehört? Fisk ist der andere. Der hat gerade eben einen Nate auf einen Typen geworfen. Ich habe auch keinen Nate geworfen. Ja, dann bist du dreimal auf den Typen. Wir teilen ihn uns, okay? Ne, ist nur meiner. Wo ist er? Nehme ich aber jetzt einen Boomerang. Oh Leute, Payne. Payne. Hallo? Wieso denn? Du zerstörst das Toten von denen. Er hat meins zerstört, Mann. Ich habe seins zerstört. Warum? Er hat gerade eben einen Nate auf jemanden geworfen. Ja, warum? Ja, weil er tot ist. Aha. Äh, ciao. Wer im Kämmerchen... Ja, was? Wurde Grants von... Ah, warte, doch. Er wurde von Payne. Es ist so ruhig. Die redet nicht und trailert gerade rum. Nein, ich rede einfach nur um ihn, weil es mega auf den Hals geht. Er hat sich teleportiert. Ey, Tata. Na, du bist ein guter Tata. Ist die Tasse in dem Teleportraum wieder in die Tür? Ja. Okay, ja. Items. Ja? Hast du noch Credits? Bestimmt, ja. Warum? Weil dann kannst du Grants wieder benehmen. Wurde zurück, mein Freund. Ja, aber Grants ist doch böse, oder nicht? Grants ist dein Partner. Grants ist Detektiv. Und wo... Welches Item brauche ich dafür? Habe ich im Auge, wasser, mein Freund? Das ist schön. Dann guck lieber woanders hin. Wundern. Ich habe Fraction, du. Welches Item brauche ich denn dafür, um ihn wiederzubeleben? Ein Defibrillator. Ein kleiner Sportfreund, du. Oh, cool, ist das dein Tor? Oh, was war jetzt? Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo. Vor allem wer. Oben. Das wird dir gar nicht mehr angezeigt, oder? Oben wird Early sein. Ja, warum ich denn? Ich bin doch gar nicht mehr oben, Bobo. Weil du oben bist. Warum wird das nicht mehr angezeigt? Warum wird das nicht mehr angezeigt? Normalerweise wird er anzeigt, wer da schießt, oder? Ja. Jeder hat es gehört. Ja, gehört, aber normalerweise siehst du ja... Fisk ist noch oben. Fuck. Ich bin so langsam wegen Items. Fick. Ich hab Fisk. Wer ist sie? Ja, Tautor Early. Ihr seid die letzten zwei. Ja, dann ist es Early, weil ihr Panik getötetet. Komm drauf. Oh ja, er ist hier. Fuck! Oh nein! Wo ist denn hier? Was? Im März jetzt? Ach, super. Early. Was denn? Wo bist du? So hatte ich dir doch nicht. Schade. Sag mal, die größten Camperspots absuchen. Was wird das denn? Das ist unfair. Ich weiß nicht, wo du bist. Hör mal auf zu schießen. Ja, aber ganz ehrlich, die auf der Karte zu finden ist sehr einfach. Ist auf einmal auf dem größten Camperspot. Was denn bin ich? Größte was? Auf dem größten Camperspot. Ganz ehrlich. Fisk, es tut mir leid. Fisk und Early Pimmel da oben rum zusammen kuscheln bei einer. Hätte nur noch das Herzchenbett gefehlt. Ich kam nicht mehr runter, weil ich so langsam war. Ich musste den Verdacht auf den Karten. Fisk lecken. Aber was war das denn überhaupt? Items, du hast dann voll gegen Fisk gehetzt und dann auf einmal so. Ach ja, dann ist egal jetzt. Ja ne, der war weggeportet. Was soll ich denn machen? Ja und dann ist der da oben. Dann weiß doch jeder wo der ist. Dann sagt er da oben. Dann hättest du Early gesehen. Ich kenn doch die März nicht. Ich weiß doch nix. Du hast es. Und das weitere hat dann doch Items da weg, wo das irgendwen wiederbeleben soll. Dann ist, ich hab überhaupt nix mehr geschnallt. Einfach weg. Ich fliege es als DTÜ überhaupt nicht. Jetzt weißt du, wie ich mich in der Schule fühle. Jetzt schicke ich auch nix. Deswegen, als Traitor ist es gut. Oh, das war es aber knapp. Du hast doch einmal weiter geschossen Kapuze. Ich hab's gemerkt. Ich muss rot pieken. Shit. Ich hab aber kein Weining. Oh fuck. Jetzt kommen wieder alle. Ich bin der Böse. Lass mich nur mal schnell rot pieken. Ich glaub Kapuze ist der Böse. Allgemeine. Okay. Ich kopiere es gleich und zack. Da ist es. Bitte nicht töten. Danke. Kundran ist mein Freund. Pain verfolgt mich. Ja, ich wollte gucken ob du das schaffst. Aber nur wenn er inno ist. Ich hab's auch nicht geschockt. Okay, das kann ich bestätigen. Jetzt haben wir gefly. Early hat auf den Totem geklappt. Was? Early hat was getan? Er hat noch 80 AP. Hat das wo? Und dann? Ist da eine Badehuse dabei? Nein. Ich brauch keine Badehuse. Sag mal. Was soll denn da kommen ran? Du schlägst die ganzen Totems. Ja und? Es schlägt Totems. Es schlägt Totems. Oh, ich hab noch 5. Ja, Coon Drain. Weiß hat noch 55 AP. Oh, ist das dumm. Ich hab 20 AP mit Totem geblühen Early. Jetzt verstehe ich das Ding wieder. Genau. Nein. Wer ist denn da oben? Wer ist denn da oben? Ich hab' meinen Totem geschossen. Kann das sein? Ich hab' meinen Totem wieder. Ich hab' meinen Totem genauer. Kapuze, was ist dir denn Totem wert? Kapuze, was ist es dir wert? Was sind wir nicht? Wenn es dir lieb ist, gibst du mir an der GamesCop 50 Euro. Nein. Was soll ich dir geben? 50 Euro an der GamesCop. Warum? Was? Das war ich kaputt. Oh nein, bitte nicht. 50 Euro? Mein Gott, das ist Early billig. Ha! Early, du Notar. 50 Euro. Gott, hier ist zu langsam. Das stimmt. Wir machen das nicht was. Du bist ein guter Junge. Ich schnieper' ich auf Kunran. Hey Kunran. Ich schnieper' ich auf Max. Kann das sein? Du bist ein bisschen nervös, wenn ich jetzt hier bin, ne? Ah, ich komm' nicht raus aus dem Wasser. Du laufst halt weg. Boi. Da hab' ich auf mich jetzt ne Bad. Pain is traitor. Hä? Ich bin Detektiv. Warte, der war grad bei mir. Warum? Du, du, du bist bestimmt traitor. Stopp, 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 stopp. Ist er da bei der Dusche? Ja. Warum sollte ich? Warum sollte ich da, du? Das Tau-Topp. Hä, warum? Okay. Nichts mehr hin, um den Totem weiterzubringen. Ja, ist es doch. Ja, ist es doch. Da hinten hoch. Ach, shit. Aber ich bin so langsam, ey. Hä, ist es so hoch, ey. Hä, nein, Leute, ich werd' angeschossen. Dann vote. Dann vote. Dann vote auf mich, Dalu. Brauch'n wir nicht, ey. Brauch'n wir nicht. Genau. Dalu ist das Täter. Vote. Vote Dalu. Ich hab' die Tür zwisch'n, Leute. Keine weiter. Da ist er. Auf mich wird geschossen. Einfach so. Kapuze war's. Ich hab' ihn. Leute wollen die da essen, ey. Kapuze. Ich hab' Kapuze. Ich hab' Kapuze. Nochmal. Boah, Wimper, wir schossen. Ich wollte vergeben. Tau-Tau ist es auch. Tau-Tau ist es. Tau-Tau ist es. Tau-Tau schießt auf mich. Es ist. Ja, du weißt, das schießt nämlich echt nicht. Wo ist der denn? Okay, das ist tot. Oh nein! Warte. Warte. Auf mich wird auch noch geschossen. Oh, Heilong! Okay. Das war ich. Warum? Weil du da so rumgerannt bist. Ich hab' eben hier so sehr geschützt. Hallo! Ist der denn, der ist vergiftet? Ich bin auch safe. Wie hat Dalu? Wenn ich vergiftet bin, bin ich nicht safe. Dalu-Pain war's nicht. Hallo, heil mich! Warum denn? Weil, als er tot war, wusste ich das erst nicht, was er so gut war. Hallo! Okay. Oh Gott! Ah, du kommal! Warte mal. Fiss und... Ach ne, Macken... Nein, ich bin... Das war ja gut. Ich bin bestimmt safe, aber... Ja, ich hab nur überlegt, wer safe ist. Maru, Items oder Early? Nein! War Early nicht gerade weg? Oh... Der ist weggefetzt! Maru, wie geht's dir? Ja, Maru oder Items, ihr könnt euch machen! Ah. Okay, erstmal mach ich dann tot kaputt, dann. da lo natürlich noch nicht gedraht worden ist er alles tot? oh Gott wo ist er? Trader Room? Trader Room? Ja er ist beim Trader Room er ist unten er war gerade im Trader Room und in die Kabinen kommt man da hin oder eben beim Trader Room einer muss auf jeden Fall im Trader Room bleiben bin gleich bei den Kabinen dauert aber noch ja scheiße bleib ich auch schon auf dem Weg zum ah fuck und wieder umkehren willst du jetzt da drin auf Zeit spielen? ne das ist ne Bombe drin vielleicht Leute das würden wir hören oder? ich wurde angeschossen er ist schon raus wo? Dado war bei den Kabinen oder? ah ich glaube ich weiß wo er ist wird doch nicht, ne, aber meint ich bin halt gleich tot sobald er mich sieht ach kann er denn sein ey er muss ja bei den Kabinen Dado ist doch zu den Kabinen gegangen hat er gesagt wenn Dado da nicht eben irgendwie Maro in die Irre führen wollte ach scheiße ja du schießt von irgendwo von wo ist er das denn? ich wollte was anderes machen, hat nicht funktioniert weil er alle versteckt war wer seid ihr? du hast doch gerade auf mich geschossen ja aber von wo? also Dado ist tatsächlich tot beide unten, ach verdammt ok wer ist also oben ach scheiße hängt da irgendwo auf irgendwelchen lebst du noch? ich finde ihn ja nicht ach fucking das Geiser versteck mich ein bisschen ne? hehehe ich wollte mich eigentlich mit nem Peacekeeper oben hinstellen und dann nicht teleportieren aber das ging nicht weil alles versteckt das ist völlig was zum heilen oder? hast du zufrieden eine Leiche gesehen? Dados Leiche? die liegt glaube ich da oben ah der ist hier links? das kriegt nichts oh shit ah bei mir öffnet sich gerade alles what? ja ist da ein Sniper wo ist er? weg fly nein er hat ihn erwischt hast du ihn jetzt im Nahkopf bitte natürlich wo bist du denn jetzt? mit dich nicht ich auch dich nicht bist du jetzt weggerannt? nein der Tod ist zu weit weg ich bin zu leid gesagt ja ich auch der Silent Sniper ist so leid kleine Sportsfreund ist so schlimm wie der Boomerang das war total mies lasst einen Like dann schau mal vorbei wir sind uns dann nächstes Mal wieder macht's ein bisschen und tschau 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 tschau